So, heute geht es mit Hut und Mantel, ne ohne Mantel aber mit Hut, weil es riecht nicht, raus, wir suchen dieses Duschbad hier, weiß auch nicht wie man Duschbad im Wald verlieren kann, habe aber extra den Adventskranz mitgebracht, so richtig schöne Stimmung, sieht doch richtig toll aus, oder? Ja, dieses Zeug suchen wir, das verstecken wir jetzt mal, ne Lara, du willst mit, ne, komm mit, wir gehen diesmal wieder rechts hoch. Kein Abend ohne suchen, das geht doch gar nicht, kann ich gar nicht mehr anders. Ich muss erstmal einen Rundumblick nehmen hier. Da, da, da wäre da eine gute Ecke. Ah, da, ich sehe schon was, ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Und schlage mich jetzt hier ins Gebüsch. Hier ist so ein kleiner Wall, da liegen diese Kürbelstücke noch. Und hinter diesem Wall steht ein Rotodendron natürlich, was steht hier sonst? Noch mehr Büschelgedöne. Und da ist eine Tanne. Da haben wir auch genug von. Ja, und da lege ich das an den Fuß. Da liegt es jetzt. Auf der Rückseite von der Knüppel-Ecke. Hier hinter diesem Ding. Okay. Das Ding riecht wahrscheinlich jetzt nach allem anderen gut, aber naja, mal gucken, ob der Kalle das auch entdeckt. Ist mal was anderes anzufassen wieder. Muss man ja auch immer dran denken. Lara, bist du noch am Lot hier? Folge mir nach, mein Hund. Komm. Deko. Überall Deko. Holz. Bist du? Noch mehr Deko sogar draußen. Und ein Karl-Heinz. Oh ja, der guckt schon. Mal gucken. Was ist hier los? Ja, kleine Differenzen. Kein Hals, mach mal dein Ding. Geh mal gucken, was du machen kannst. Hau da ab. So, ich kann mal Leckerli rausnehmen. So, wollen wir mal gucken. Das sieht auch cool aus hier, diese roten Zweige. Ja, ich habe Leckerlis in der Tasche. Nein, nicht dran gehen. Lass mal zumachen hier. So rennt er wieder in die Küche. Da kommt er ja schon. Superkalle. Ja, Mensch, ich bin nicht so schnell. Da haben wir das Ding ja schon wieder. Siehste. Können wir auch wieder duschen, Mensch. Mann. Wo können wir hin, wenn wir dich nicht hätten? Lara auch ein? Die Bar. Kann Heinz noch einen? Ach, Lara, du hast mir ja so viel geleistet heute. Hast auch noch einen, ne? Habt ihr super gemacht. Kein Problem. Und tschüss. Noch ein bisschen auf Deko. Kann Heinz macht auch Deko, ne? Kann Heinz, komm mal hoch gucken. Kann mal gucken hier. Kann Heinz, komm mal gucken. Na, Lara steht hier dann, sehe ich, ne? Komm mal hoch gucken. Lara, Herr Kalle. Nö, keine Lust. Na, komm mal hoch gucken. Komm hoch. Jo, das wackelt, ne? Oh, ist das schlimm. Na gut. Siehste. Die Taschenlampe, die hast du neulich. Nee, lass die da liegen. Lass die da liegen. Und du musst die nicht ablecken.